Hallo zusammen! Heute zeigen wir den Zentrak der Zork. Ich trage ihn nochmal. Und heute sehen wir auch die Zuschauer. Und das sind heute die Nanomanias. Und ja, wie man sieht, ist das auch sehr gut in einem Kampf. Und ja, finde ich auch sehr cool. Wie ich letztens gesagt habe, die Zork sind meine Lieblings. Die sind es auch immer noch. Ja, okay. Dann wäre es eigentlich schon wieder gewesen. Bis zu der nächsten Folge von der Twist Mania!